Ich bin der Schmid Silvio. Ich komme aus dem Forstbetrieb Steuertal. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin in einer Lehre zum Forstfacharbeiter. Ja, so wie es bei uns ist im Sommer. Wir fangen bald in der Früh zu arbeiten. Es ist auch schön, wenn du in der Früh im Wald bist, wo es noch kühl ist, da geht dann die Zahn anfangen. Man hat was für den Tag. In meiner Lehrzeit, wo es normalerweise drei Jahre dauert, ist man in Tirol in Rotholz in der Berufsschule. Und nebenbei verschiedene Lehrlingskurse. Dann geht es halt einmal um Holzernte oder Arbeitssicherheit. Verschiedene Themen halt. Ja, wenn ich in die Arbeit gehe, freue ich mich darauf, dass ich mit meinen Kollegen arbeiten kann. Dass ich auf die Nacht sehe, was ich da habe. Dass ich jeden Tag wieder was Neues lernen, was Neues sehe. Es ist auf jeden Fall einmal die nachhaltige Arbeit. Wenn wir einen Baum abschneiden, dann wird auch geschaut, dass wieder ein Baum nachkommt. Wir arbeiten halt dort, wo andere Urlaub machen oder wo andere gehen. Das ist halt auch, was so ein Auftreib, dass man die Arbeit macht.